ja herzlich willkommen zur 37 folge gegenwart und zukunft heute soll es mal wieder um das thema finanzen in diesem fall speziell um das thema etfs gehen und ich darf mich ja ganz herzlich auf den finanzvisier auf den albert freuen hallo albert ja hallo alexander danke dass ich jetzt schon zum zweiten mal dabei bin ja aber du warst am sechsten sechsten 22 mein erster gast siehst du jetzt 37 wieder das freut mich doch sehr ich habe noch mal geschaut also die ich hatte ja damals keine abonnenten und die folge damals wo wir über ja breit gestreutes etf finanzieren gesprochen haben hat ja dann doch so 875 aufrufe gehabt und auch auf dem reinen spotify podcast haben es mittlerweile auch schon knapp 300 leute gehört also ich glaube so ein bisschen was erreicht haben wir schon ja auf jeden fall genau ja und heute wie gesagt ist ein neues thema seit dem ersten ersten 23 so richtig in saft und kraft da hast du auch eine ganze menge vorbereitet sehe ich ja schon was du mir auch geschickt hast ja wir wollen mal so ein bisschen nach vorne anfangen also genau wenn wir mal so aufs breit gestreute etf investieren zurückschauen wo wir auch letztes jahr darüber gesprochen haben dann ist das ja sozusagen ein breit gestreuter markt nach marktkapitalisierung ausgerichtet ohne sozusagen ein ein regularium darüber zu setzen oder eine gewisse einschränkung im bereich der unternehmen in die man investiert das ist ja so oder ja einfach marktkapitalisierung fertig genau und das ist ja sozusagen auch den der ansatz den den du vertrittst den viele passive invest die investoren vertreten und was wir ja auch immer so ein bisschen propagieren wenn die leute eben breit gestreut investieren lasst bitte nichts aus genau so und jetzt hat sich ja oder anders gesagt jetzt gibt es ja sozusagen kriterien oder auch verordnungen die mittlerweile in europa eingeführt wurden diese sogenannten esg esg kriterien oder auch sfdr kriterien die sozusagen bestimmte finanzprodukte jetzt einordnen in bestimmte kategorien zum beispiel nach umwelt nach sozial oder nach unternehmensführung kriterien wenn du dir das mal so mal ganz grob erstmal so anschaust dann ist es ja im ersten moment schon mal eine gewisse beschneidung im bereich der des investierens oder ja aber wie gesagt vielleicht sollten wir noch mal bevor wir diese frage beantworten noch mal einen schritt zurück gehen wie diese kriterien überhaupt entstehen wenn ich darf ja natürlich also wie gesagt du hattest es ja schon erwähnt esg also eben umwelt also dieses environmental dann social halt sozial und governance das ist eben ja dann eben die ganze compliance geschichte und wenn man sich das mal anguckt zum beispiel bei morningstar gibt es da auch eben das sustainable investing handbook und das listet hat eine ganze menge kriterien auf also zum beispiel jetzt im bereich des umweltschutzes eben klimawechsel klimawandel und co2 emissionen dann luft und wasserverschmutzung energieeffizienz wie du halt mit einem müll umgehst und das geht dann noch noch viel weiter runter oder beim im sozialbereich was für gender und diversitäts policies du hast wie du es zu den menschenrechten stehst wie die arbeitsbedingungen sind solche sachen wie kundenzufriedenheit stecken damit drin und im bereich governance eben wie ist dein eben aufsichtsrat zusammengesetzt wie divers ja wie werden die vorstände und die anderen also hohen leitenden angestellten bezahlt ja gibt es irgendwelche auditierungskomitees und wenn ja wie sind die aufgebaut ja wie steht die firma eben zum thema bestechung und korruption lobby arbeit oder sonstige eben naja beiträge zu politischen willensbildung also parteispenden und all solche ganzen geschichten so dass es erst mal eben diese ganzen kriterien ich habe mir nur ganz kleinen teil aufgeführt dann geht es halt weiter in die mühlen der politik und was man da daneben erkennt sind ja dann eben die bruchkanten der politischen machtverhältnisse also co2 ist eben böse aber atomkraft ist gut zum die franzosen durchgesetzt gas ist auch gut als brückentechnologie wind und sonne ist gut also es einfach diese ganzen sachen die ich eben aufgezählt habe das ist eine sache der politischen willensbildung das hat jetzt wenig damit zu tun ob jetzt in der praxis irgendwer geschützt wird oder egal ob umwelt oder oder arbeitgeber ja also thema korruption ist aber die frage ab wann ist korruption korruption und ab wann ist es einfach nur eine kleine aufmerksamkeit die die freundschaft erhält ja da werden dann einmal willkürliche grenzen gezogen von der politik na gut aber irgendwann haben wir praktischen eben unsere ganzen kriterien wir haben das was die politik dazu sagt und dann was dann rauskommt ist dann eben diese sogenannte taxonomie eben was ist gut und was ist böse und dann wird das einfach angewendet eben diese verschiedenen kriterien auf ganz stumpf auf dein produkt und auf dein finanzprodukt und hier gibt es eben auch ein beispiel eben von der eu technical expert group zum thema nachhaltige finanzen und die haben da halt zum beispiel dass du halt so ein fond hast jetzt ist halt natürlich jetzt alles nur modellmäßig erklärt und dieser fond der hat halt investiert in in drei verschiedene firmen firma a firma b und firma c dann wird dann einfach geguckt firma a ist dann zu zwölf prozent in diesem beispiel sozusagen taxonomie konform firma b acht prozent firma c 15 prozent das ist einfach jetzt beispiel zahlen aus der handgriffen also wenn du sehr wenn es das einfach an und dann bist du ja schon sehr im abstraktions level drin dann hast du halt irgendwelche zahlen und dann multiplizierst du die halt noch mit der gewichtung die jeweils deine firma hat in deinem fond und dann kommt halt eben raus als in diesem schaubild im letzten kästchen ganz unten dann die aussage eben dieser aktienfonds ist zu 10,6 prozent ja in compliance mit der taxonomie fertig ja ob jetzt irgend irgendwas davon irgendwie kultur umwelt menschen schützt das ist vollkommen unerheblich das wichtige ist dass du das hast und dass du dann bestimmte schwellenwerte auch überspringst weil ansonsten würde ich sagen kannst du abgemahnt werden das kommen wir gleich noch hier auch eben bei der offenlegungsverordnung also das geht erst mal darum bin ich juristisch sauber kann mir da keiner an den kern fahren und alles andere ist ja erst mal eben zweitrangig und wenn man ein bisschen weiter guckt ja ich habe hier dann eben auch mal noch so ein paar stimmen halt von leuten die sich damit sehr beschäftigen unter anderem heben ist nun mal meine nummer eins ist der tarik fancy der herr ist wirklich so aber der herr tarik fancy und der war bei blackrock den die wir erkennen eben als herausgeber der i shares produkte ja der etfs und der war bei den chief investment officer für nachhaltiges anlegen also nicht irgendein kleines licht sondern als chief investment officer eben hat er das ein jahr lang gemacht und hat dann halt total genervt das handtuch geworfen mit den bemerkungen da wird er eben auch hier in der website business of business dann zitiert dass er einfach sagt hier okay dieses ganze thema grün ist die ist der absolute goldrausch denn jeder weiß ja wenn wir ein grünes label auf irgendwas drauf packen ja dann wird es sich auch gut verkaufen ja so und was er sagt ist thema placebo effect und er sagt die wahrheit ist dass einfach für die mehrheit also nicht für alle und auch nicht für keins aber für die mehrheit der produkte lässt sich einfach kein impact ja irgendwie darstellen das ist ja dieses oft behandelte thema des des ablass handels ja also nach dem motto wenn ich jetzt dann fliege ja dann kann ich mich ja da freikaufen indem ich mich daraus hetsche indem ich irgendwelche co2 zertifikate kaufe aber dann mag excel technisch ja alles okay sein nur ich fliege ja trotzdem und in zehn kilometer höhe wird er trotzdem ja die abgase ausgestoßen und wenn das wenn ich das ernst nehme und das mit dem co2 wirklich so schlimm ist dann sollte ich halt einfach nicht fliegen also es ist sehr oft was da ja auch damit schwingt meiner meinung nach dieses thema genuss ohne reue ja also du kriegst deine kamer punkte trotzdem und wenn das entsprechende label halt drauf ist und deine rendite eben trotzdem und ich bin der mittlerweile einfach aufgrund meiner lebenserfahrung und dem was ich so von der finanzindustrie mit bekommen habe der meinung dass wenn du nicht wirklich also wenn du kein skin in the game hast wenn du nicht selber ja und du sagst hier ich möchte was für die umwelt tun dann tue es halt indem du deine klamotten länger trägst dann tue es halt indem du deine ferienverhalten dann konsumverhalten entsprechend anpasst das hat ein impact während diese ganzen sachen die daher aufgebaut werden ist es halt für mich jetzt wie soll ich sagen um die plante vorweg zu nehmen doch mehr eine eine veranstaltung für die ganzen kästchen an kreuzer für die ganzen compliance leute die halt da im warmen hocken weil das ist der nächste punkt den ich diesen sachen zum vorwurf mache zum einen dass sie eben ja wie soll ich sagen dann doch am grünen tisch entstanden sind und eben die bruchkanten der politik zeigen und das andere ist ich weiß nicht ob du dich noch an den film the big short erinnerst ja so ein bisschen nicht im beteil ist ja nicht nötig aber da ging es ja auch darum dass ja eben zum guten teil die ganzen rating agenturen überall ihren supi dupi stempel drauf gehauen haben ja alles risikofrei und keiner hat sich aus seinem warmen büro irgendwie raus bewegt und dann sind auch die zwei jungs dann losgezogen und haben gesagt was soll das jetzt mit dem housing markt weil es ging ja da wie gesagt noch mal kurz um das zu rekapitulieren das war der film der letztendlich diesen lehmann crash aufgearbeitet hat und es ging eben ja um die und das thema das eben dann die hauspreise runtergekrachten und zwei von den leutchen die eben dann der der meinung waren dass eben diese ganzen derivate nicht sicher sind und dass der hausmarkt eben nicht nur nach oben gehen kann die haben sich einfach mal auf die sorten gemacht ja und sind einfach mal hingefahren in diese blühende landschaften und haben halt dann diese geisterstätte der gefunden und diese unsterbliche szene da wie sie da ums eck kommen in diesem abgewrackten neubauviertel wo halt diese halbfertigen holzständer konstruktion stehen aber der pool war schon da und ein äußerst angepisster alligator war der meinung dass er sein pool und die sollten sich jetzt hier mal verpfeifen also das war dann eben auch die sitzung du musst halt dann vor ort sein oder eine andere wunderbare dokumentation die ich gesehen habe ist das ganz anderes thema da ging es um darum dass eben eine ganze menge chinesische firmen in der new york stock exchange netflix dokumentation eben firmenmäntel gekauft haben von so penny stocks da rein geschlüpft sind und dann den anlegern das blau vom himmel versprochen wurde ja und auch da gab es immer seal of approval wunderbare sache alles top bis dann irgendwann wieder ja was ist so ein ganz pragmatischer hansel gesagt hat okay 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 das hier ist also eine papierfabrik und die produziert so und so viel tonnen papier jeden tag und das bedeutet ich brauche einfach so und so viel sattelschlepper ja und jetzt schmeiße ich mal google maps an und guck doch mal einfach da wo diese papierfabrik angeblich ist wieder so ja die straßenverhältnisse sind dann stellt er fest über diesen feldweg ja da fahren im leben nicht jeden tag 30 sattelschlepper drüber ja und dann ist er mal hingefahren und hat sich das an einfach alles angeguckt das heißt mein hauptkriterium was ich hier sehe an diesen ganzen kriterien ist halt dass die auf dem papier sind das papier geduldig ist und wie gesagt wir haben uns ja auch vorbereitet hier auf diese auf diesen podcast und eben was mir auch immer wieder aufgefallen ist wenn man halt im internet das in dem durch lässt wo es dann steht hier was bedeutet das für sie als anbieter von finanzprodukten da war immer ein großer punkt der besagte achtung achtung nehmen sie das ernst denn ich zitiere jetzt mal kurz wo habe ich dich denn hier sollten sie das nicht tun ja genau ich zitiere ganz kurz hier von einer webseite das investment was droht bei verstößen gegen die informationspflichten nun wenn vermittlere informationspflichten nicht erfüllen drohen wettbewerbsrechtliche abmahnungen die zuständige aufsichtsbehörde kann auch aufsichtsrechtliche maßnahmen verhängen also mit anderen worten wir sehen ja das und das hat man halt ganz oft gefunden also das thema hier ist dann doch wieder wie ich am anfang sagte bin ich juristisch sauber das ist erst mal das wichtigste und alles weitere wird sich eben finden also das einfach noch mal zur positionierung auch und jetzt das hat jetzt mit der offenlegungsverordnung wenig zu tun sondern nur mit diesem grundsätzlichen thema eben es g aber sozusagen diese offenlegungsverordnung es ist nun mal eine vorschrift so gesehen die sozusagen ich sag mal hersteller und vertriebler ja dazu zwingend sozusagen auch neue produkte zu zu bauen zu konstruieren die dann eben diesen kriterien entsprechen und man propagiert ja auch gleichzeitig damit okay anlegerschutz fragezeichen greenwashing reduzieren aber im am ende wie du ja schon gesagt das ist es eigentlich nur eine vorschrift oder ja du musst diese also es ist eine vorschrift und wir haben ja praktisch die vorschrift bietet dir ja praktisch also es gibt da eben mehrere kriterien und du hast halt einfach man ist die produkte ja oder basic ist die produkte die berücksichtigen halten paar sachen und dann hast du die wirklich nachhaltigen produkte ja und die eben eben dezidierten ist die strategien folgen bestimmte standards erfüllen müssen und eben dunkelgrün dieses ist die impact ja wurde wirklich eben dann aktivistisch investiert wurde dann aber auch eine ganze menge eben sachen erfüllen muss damit du halt dass das bekommst und umgekehrt alle die die sachen wir machen kein großseitiges ist die ist die basic die werden ja trotzdem an den pranger gestellt weil die müssen ja begründen warum sie es nicht machen ja also von daher es ist also für mich ist es einfach eine verordnung die muss halt erfüllt werden weil sie hat eine verordnung ist ich bin nur als anleger sehr skeptisch ob mir diese verordnung wirklich die geforderte transparenz bringt weil das halt durch so viele filter läuft und die firmen sind ja auch nicht blöd also wie gesagt du hattest du hier auch in deinem vorbereitungstext hier diesen artikel von bloomberg über dieses thema ist letztendlich auch aufgeführt und in diesem artikel ich nehme an den wirst du auch in die show notes packen da geht es ja genau darum dass letztendlich eben das thema letztendlich wie soll ich sagen ist stellt bloomberg ja fest dass es msci dem kennen wir alle von den msci indizes in seinen isch indizes überhaupt nicht darum geht festzustellen wie die firma die welt beeinflusst sondern umgekehrt was er dann letztendlich dazu führt dass eine firma die in einem land wie deutschland arbeitet eher tendenziell ein schlechteres rating hat ja weil wir halt so einen hohen standard haben ja weil es geht ja eben darum wie letztendlich die umgebende welt die firma beeinflusst und wenn halt hier eine firma irgendwie die umwelt versaut dann zack ja steht jemand da es wird bemerkt und du kannst dich auch nicht mit einem kleinen geschenk aus der sache rauswieseln ja während wenn du in halt irgendwelchen anderen länden bist wo du halt gute beziehungen zum establishment hast ja da kannst du dann halt einfach rumsauen ohne ende das heißt dein umweltverschmutzen hat also hat überhaupt keinen einfluss sozusagen auf deine gewinne es verbesserte er noch ja weil du halt eben die ganzen probleme einfach wegdrücken kannst sozialisieren kannst aber so kriegst keine strafe die das alles wieder zunichte macht also kriegst du deshalb tendenziell halten besseres rating ja oder was bloomberg halt auch anführt ist da haben sie sich gewundert dass mcdonald's ja von einem jahr aufs andere jetzt irgendwie besser darstellt die sind irgendwie grüner sozialer besser geworden und dann haben sie halt mal nachgegraben und dann warum ja ganz einfach weil mcdonald's jetzt bei einer ich zitiere wortwörtlich nicht näher spezifizierten anzahl von filialen in frankreich und großbritannien müllkörbe aufgestellt und zwar höhere und staune nicht nur normale ordinäre müllkörbe sondern müllkörbe mit mülltrennung das klitzekleine problem was msg was die jungs von msci einfach übersehen haben war es in frankreich ja war das einfach pflicht und in großbritannien war es kurz davor gesetzlich pflicht zu werden das heißt da bekamen eben mcdonald's pluspunkte ja einfach dafür dass sie geltendes recht oder kommendes geltendes recht umgesetzt haben also das ist einfach eine sache ich denke man muss sich da frei machen von dem thema dass das primär was mit 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 umwelt zu tun hatte sondern es geht einfach um das ist eine risikobeschreibung es ist wie wenn du sagst hier ich will den ich will in atomkraft auf der sankt an der spalte bauen ja dann wird ja auch jeder sagen kannst du machen aber das müssen wir dann risikomäßig einpreisen ja und so ist es da eben auch es ist einfach es gibt halt ja gewerkschaften nervig und ätzend ja risiko für die für die unternehmensgewinne wenn die anfangen irgendwie zu verlangen dass sie an dass die arbeiter fair bezahlt werden sollen ja so so ist halt die sichtweise der ganzen geschichte ja oder irgendwelche umwelt dödel ja die meinen ist ja keine gute idee dass der fluss alle zwei tage in allen ruhigen bogenfarben schillert ja auch nervig für die unternehmensgewinne ja so ist die sichtweise der ganzen geschichte und nicht umgekehrt was können wir tun um die umwelt wirklich zu schützen also da muss ich einfach sagen habe ich mir das ja auch angeguckt es gibt ja wenn du dir das mal anguckt produkte etf-produkte es gibt 25 verschiedene msci world die irgendwas mit esg im namen tragen es gibt sieben verschiedene world indizes zum thema klima wechsel also es geht los von msci world climate change das ist der mit dem kürzesten namen ja und der längste ist msci world climate change paris aligned low carbon select ja das ist klingt pass auf das ist ja alles interessant nur die frage ist ja zum beispiel ja das meine ich jetzt total ernst und das ist für dich als anleger auch super wichtig du musst dir das jetzt überlegen reicht dir der msci world climate change oder möchtest du lieber den world climate change ctb select haben oder den msci world climate change esg select das ist schon wichtig weil die unterscheiden sich alle aber du musst halt gucken inwieweit diese produkte ja letztendlich ja mit deiner weltanschauung übereinstimmen ja ich sag ja nicht dass das alles schlecht ist ich sage nur dass das für anleger also letztendlich wenn du msci world willst da gibt es 14 stück von da wirfst du mit dem datt fall auf einen kaufsinn bist fertig ja die sind alle total vergleichbar aber in diesem ganzen isg in prima bereich da sind die ganzen anbieter ja ja auch händeringend dankbar dass es das gibt weil jetzt versetzt du dich doch mal in die situation eines vor managers ja du bist jemand den msci also ein etf auf den index msci world betreibt ja so und wir machen das 13 andere du bist total vergleichbar lieferst du die performance des index oder tust du das nicht ja das heißt du konkurrierst nur über einen preis und du musst halt du stößt unter mörderischem vertriebsdruck denn du musst ja volumen machen ja das ist ein reines volumengeschäft ohne ende ja so und jetzt stell dir mal vor du kämpfst dann machst und tut und jetzt kommt msci bei dir vorbei sagt guck mal wir haben hier einen bauchladen von sieben verschiedenen climate change indizes such dir doch mal einer aus ja dann kommst du aus der vergleichbarkeit raus und das ist total cool ja weil es es gibt nämlich dann eben auf jeden von diesen einzelnen die ich da gerade vorgelesen habe diese climate change varianten des world jeweils nur ein maximal zwei etfs ja damit bist du einfach wunderbar ja hast ein alleinstellungsmerkmal und bist endlich raus aus dieser absoluten vergleichbarkeit und das ist halt der grund warum es dann eben diese ganzen abstrusen geschichten da gibt jetzt ist es aber natürlich auch so wie du schon gesagt hast diese produkte sind ja unter diesen kriterien in ja sozusagen drei farbbereiche eingeteilt weil also es gibt eben diese grauen produkte das ist sozusagen der artikel 6 dann gibt es die hellgrünen produkte das ist sozusagen der artikel 8 und dann gibt es die du eben schon kurz angesprochen hast die dunkelgrünen produkte das ist artikel 9 jetzt wollen wir das mal eben an so einem kleinen praxis beispiel mal vielleicht den zuhörern so ein bisschen darstellen wir nehmen mal den ganz klassischen eyeshares core msci world ucti etf den a0 rpwh 41 milliarden dollar volumen klassische breite streuung extrem niedrige kosten also das standard produkt was sozusagen aktuell jeder bespart und wo du eben schon gesagt hast wo es eben auch vergleichbare produkte noch gibt so dieser etf fällt jetzt in diese produktgruppe grau nach artikel 6 und das was die vorschrift dazu jetzt sagt ist dieses produkt legt nachhaltigkeitsrisiken in bezug auf die investitionsentscheidung und die auswirkung auf die rendite offen das heißt dieses breit gestreute produkt tut das und zweitens nachhaltigkeitsrisiken werden nicht als relevant betrachtet wenn sie nicht als also wenn sie nicht relevant betrachtet werden müssen sie begründet werden das heißt unser breit gestreutes schönes produkt ist jetzt sozusagen grau gelabelt und wenn ich jetzt sozusagen das mit einem hellgrünen oder einem grünen produkt vergleiche dann ist ja der erste eindruck für mich als anleger oder sehr total schlecht im vergleich zu den anderen produkten oder also dass das heißt diese vorschrift diese vorschrift suggeriert der ja sozusagen wenn ich jetzt breit gestreut investiert bleibe dann tue ich eigentlich was schlechtes wenn ich das halt alles nicht weiß und diese vorschrift nicht mal genau hinterfrage oder ja aber das ist ja auch das ist aber haltung zeigen darum geht es ja ja das ist das thema in der ganzen geschichte und muss ich muss jetzt persönlich sagen was du ja gesagt hast dieses begründen und dies und das für mich ist das auch ein guter teil einfach bürokratische hybris wie willst du denn als fond der hunderte oder in dem fall ja über tausend firmen drin hat ja und zwar aus allen industrieländern wie willst du denn da irgendwelche begründung machen also es wird einfach darauf hinauslaufen ja das wird dann ausgefochten vor gerichten und dann kommt da einfach wieder dieser klassische juristische abbinde rein den keiner liest also dieses kleingedruckte da steht dann alles mögliche endlos drin und dann sind es wieder alle zufrieden und das business läuft weiter wie bisher wie kann man wirklich also immer dort ist ja noch ein anderes produkt die auch den emerging markets ja wie willst du denn jetzt emerging markets hier china was man wie willst du denn wirklich in china willst du da jetzt hingehen als fond dir das angucken oder was oder andersrum wie ernst sind wie soll ich sagen ja reportings überhaupt da der chinesen zu nehmen in bezug auf diese ganzen geschichten also glaubst du dass irgendwie hier wie heißen die die da für apple die 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 handys zusammen löten wo da regelmäßig die mitarbeiter vom dach in den tod stürzen ja glaubst du die schreiben da rein ja wir halten unsere mitarbeiter wie sklaven oder was ich meine das ist doch auch albern also das wird ja keiner keiner machen keiner schreiben und oder andersrum was wenn einfach wenn die usa oder auch china wenn sie sagen ja macht aber eure kriterien uns doch latte ja wir machen das hier so wie wir das für richtig halten und und fertig du musst dir auch immer durchsetzen können diese ganzen kriterien also wird es dann zum beispiel europäische schwellenland also kann man sie kann man sich vorstellen dass sozusagen dann im zweiten oder dritten schritt sozusagen emerging markets etfs dann verboten werden oder keine ahnung wo das hingehen soll wo das hinführen soll genau das sind also wo das entweder wo es hinführen soll wenn man das wenn man sagt entweder ihr erhaltet euch an unsere kriterien oder wir verbieten den vertrieb her man das ist ja schon passiert also wenn du dir das anguckst alle es gibt ja jede menge wirklich gute produkte auf dem engl in den angelsächsischen märkten ja die hat für den angelsächsischen pensionär gedacht sind ja nicht so eine altersversorgung ja mache ich altersversorgung eben mehr über die börse und diese firmen sind halt nicht gewillt weil der deutsche markt nicht so groß ist irgendwelche bürokratischen compliance geschichten dann zu erfüllen und sagen nee dann eben nicht und dann kriegt man die hier halt auch in deutschland eben nicht obwohl es durchaus produkte sind die auch für eben ja deutsche attraktiv sein könnten oder andere richtung eben es ist ein dann papier tiger ja dann du hast halt die ganzen compliance geschichten und dann musst du bist du halt grau und dann machst du halt wie schon sagte ne dann endlosen jura kram unten drunter und und fertig ist die laube also das heißt die unternehmen und so weiter die ich sag mal das was sie dann als nachhaltigkeits ja begründung oder so an emissär oder an wen auch immer schicken die das dann prüfen ich meine da strickt sich ja dann jeder so zurecht wie er lustig ist am ende ja und msci wird dann übrigens auch sagen wir nehmen ja auf treu und glauben das was uns die firmen geben ja und verrühren das auch wieder zu einem brei und fertig so also weißt du weil da gibt ja jeder die haftung dann dann weiter und was willst du denn da großartig machen also sagen wollen wir mal kurz entwarnung geben wenn wenn die leute ich sag mal jetzt nach ihren breit gestreuten etfs suchen bei ihren anbietern und wo sie auch immer ihre etfs halten dann sollen sie sich jetzt nicht drüber wundern dass ihre artikel oder ihre ihre etfs oder ihre fonds jetzt eben wenn sie breit gestreut sind dieser artikel sechs grauen produkten gruppe unterlegt worden sind also bitte keinen schock bekommen wenn ihr das dann mit anderen produkten vergleicht die eben in der hellgrünen produktgruppe oder in dieser dunkelgrünen produktgruppe sind also keine angst haben davor es ist einfach nur eine ja so gesagt so gesehen regulatorische einteilung der produkte nach nachhaltigkeitskriterien die ja scheinbar nicht geprüft werden können ja wo du auch drüber mächtig drüber streiten kannst zum beispiel ja natürlich jetzt nimm mal den guten tesla ja ist tesla jetzt wunderbar kriegen die halt das große grüne e weil sie ja elektroautos eben umweltfreund also weil sie umweltfreundlich sind wegen elektro ja was ja gut ist keine verbrenner mehr oder kriegen sie das nicht weil es in der batterie ganz viel litium ist die zum teil unter menschenunwürdigen ja bedingungen gefördert wird oder andere sache wie sieht es aus mit tesla und gewerkschaften ja also kann man das es sozusagen von esg überhaupt auf tesla anwenden und da landen wir doch ganz 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 schnell wirklich im weltanschaulichen investieren und dann wird es halt eben ja wie soll ich sagen dann wird es halt wirklich schwierig auch und dann kann es auch leute geben die sagen ja ich ich möchte folgendes ich möchte einfach einen soliden breit diversifizierten von mit einer wie soll ich sagen auf einem index der der krisen gestellt ist ja also muss man ja auch mal sehen ich meine dieses thema ist wenn du den mscr world nimmst der ist ja 1969 gegründet worden ja was der schon alles an krisen überstanden hat ja und jedes mal wenn es krisen gab ins markt turbulenzen gab ja dann hat es ja irgendwo klemmt es ja dann doch immer ja auch bei der konstruktion dass dann die aus der praxis die etf leute dann zurückgekommen sind zu mscr und haben gesagt pass auf in der krise ja hat sich aber euer index so und so blöd verhalten in der praxis ja da kamen wir aus der nummer nicht mehr raus da konnten wir nicht schnell genug was zurückgeben oder dies oder das und verbessert das doch mal ja die methodik so und das heißt jetzt mit dem mscr world hast du jetzt einfach einen über 50 jahre alten krisen gestellten index ja der auch einfach bewiesen hat ja dass produkte die auf ihm basieren auch durch turbulente zeiten ja gut durchkommen und sowas vertraue ich doch meiner meiner altersversorge lieber an und dann dann habe ich hoffe ich ja zumindest ja mit diesem breit diversifizierten index das ist ja immer das versprechen nachher so viel geld ja dass ich dann beim kaufmannsladen ja meine höchstpersönliche ist die entscheidung treffen kann dann kann ich nämlich sagen ja bitte ja ich nehme heute ja bio rind ja und nicht irgendwie haltung stufe 1 von 99 cent das kilo das heißt ja dann habe ich nämlich das geld und kann dann ganz persönlich ja direkt als konsument und das hat ja nicht immer noch den größten impact sagen ja wer bekommt mein geld ja dann kann ich sagen ja ich nehme hier die ja ich nehme die regionale gurke die jetzt aber ja etwas die ist halt teurer ja aber regional und finde ich gut ja als die zum beispiel 50 cent billigere aus spanien herangefahrene gurke ja muss man sich ja auch leisten können kostet ihr mehr ja und dann wenn ich aber sage ich ich habe hier sozusagen auf einen grauen fond gesetzt ja hab dann womöglich das geld und kann dann halt persönlich hier impact gestalten wunderbar wobei natürlich immer die diskussion ist diese ganzen ist die sachen sind ja alle noch so jung die haben ja alle noch keinen richtigen track record ja also da kannst du auch wenn sie schon seit zehn oder 15 jahren gibt es ja immer noch kein track record kein richtiger ja da wird man ja erstmal sehen und was für mich persönlich tiefenentspannend ist ist ja folgendes dass diese indizes über die wir ja sprechen die grauen ja die sind ja alle vollkommen agnostisch das heißt wenn dieses ganze thema ist die so einschlägt ja dass es wirklich vernünftig und gut und produktiv ist und nicht bloß irgendwelche sondern juristisch politischen konstruktionen sind sondern das wirklich in richtung kreislaufwirtschaft geht und wenn dieses kreislaufwirtschaft einfach profitabel ist und gut läuft dann ist es ja sowieso im ja in den breiten dingern drin das heißt die müssen einfach nur zu warten ja und werden dann sowieso jahr für jahr grüner wenn das in die richtige richtung geht fertig ist natürlich auch alles so ein bisschen traurig wenn man mal schaut wie viele jahre jetzt sozusagen etfs in deutschland auch populärer geworden sind das ist wir sind ja nicht so die 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 aktien oder die etf gesellschaft und es ist ja es ist ja auch so schon ohne dieses ganze kriterien dings bums für einige leute echt schwierig das ganze thema börse und so zu verstehen und dann schaffst du es in einem halben jahr sich vielleicht mal eine etf ranzubekommen dass sie mal sparen und und es einfach mal angehen das thema und wenn sie jetzt sowas auch noch sehen diese 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 produktunterteilungen in grau hellgrün und grün ja dann hast du doch am ende alle leute wieder davon sozusagen vertrieben überhaupt irgendwas an der börse zu machen weil irgendwie keiner mehr durchblickt oder jein ja auch aber oder man kann auch andere argumentationen nein nein dann greifen die leute halt ja zum dunkelgrünen produkt ja so fertig dass man dann halt einfach sagt okay ich habe hier ein etf und der ist das und da wird mir dann halt einfach mit der story verkauft dass er wunderbar dunkelgrün ist oder hellgrün oder whatever und dann man kann so anders sehen man kann auch sagen durch diese drei farben ja schmeißt du schon mal einen großen teil der etf weg machst das ganze alles viel kleiner viel überschaubarer ja die leute konzentrieren sich nur noch auf die grünen und kaufen die und das ist dann immer wie soll ich sagen ein MSCI World ja ISG tralala irgendwas ist immer noch tausendmal besser als irgendwie ein ries der rürup oder es auf dem sparbuch zu lassen also ich bin da noch nicht sicher in welche richtung das geht wovor ich einfach nur warne zu glauben bloß wenn man etf gekauft hat wohl die drei buchstaben es und g drin sind ja dass man jetzt irgendwie mega krass was für die umwelt oder sonst irgendwas getan hätte ja also aber wenn es in gottes namen ja neue schichten erschließt ja leute die eben börse oder den kapitalmarkt für schlecht halten und die jetzt sagen okay aber ich habe jetzt hier durch das ISG irgendwie wird das doch ein bisschen überzogen und ist nicht mehr ganz so schrecklich und jetzt kann ich mich da eher mit mit anfreunden ja weil ich mich irgendwie als aktivistische investierer fühle ja dann des menschen wille ist ein himmelreich go for it ja aber dann da kauft den und wunderbar ja bin ich der letzte der da der davon abrät also es kann auch was positives haben wie du gerade gesagt hast ja das wenn wir schon sehen was da was da auch so und ich würde es nicht so in bausch und bogen verdammt ich für mich persönlich halt hat es halt keinerlei relevanz weil ich das halt einfach ja für so einen schattentanz halte wie gesagt da gibt es ja noch hier einen herren der genau das auch sagt das ist hier der Professor Aswat Damodaran der ist Professor für Finanzen an der Stern School of Business an der New Yorker University das ist ja auch so eine von den ganz großen Fakultäten die da auch ganz weit und der äußert sich halt eben auch zu diesem Thema ISG und 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 Öko Greenwashing er behauptet halt hier zitiere wortwörtlich das ist ein Kabukitanz also dieser japanische Schattentanz ja ein Kabukitanz zu dem ja zu dem ISG führt ist eine Masche es ist ein Wohlfühlbetrug der viele Menschen reich macht also so ähm sieht er das halt und man man darf bitte auch eine Sache nicht vergessen sowohl die Firma MSCI wie die Firma Blackrock sind börsennotierte Unternehmen ja also die stehen auch unter mega Vertriebsdruck ja also was ich auch mal sagen muss ist ich habe das ja oft im Coaching in Seminaren oder auch so jetzt in Gesprächen wenn wir jetzt auf der Invest oder so dass die Leute dann sagen weißt du die bösen klassischen Fonds mit ihren teuren Produkten die sind ja alle ganz böse und die ETFs sind dann immer die guten weil die ja so billig sind nee sorry das sind einfach Finanzprodukte wie alle anderen aus die einen sind da moralisch nicht besser als die anderen alle haben Produkte und alle versuchen möglichst viel von ihren Produkten zu verkaufen und wenn ich es halt einfach schaffe mit dem Label ISG mehr zu verkaufen dann gucke ich halt ja dann ist mein erster Schritt ist ja dann ich sehe ich kann mir was mehr verkaufen dann marschiere ich zu meinen Juristen und Compliance Jungs und sagt pass mal auf wie weit kann ich gehen was ist gerade noch zulässig und dann stecken die denn das Revier für mich ab und dann marschiere ich halt los und Versuch ja unter dem was mir die Juristen und die Compliance Jungs abgesteckt haben so viel Gas wie möglich zu geben weil ich will ja den Bonus fürs nächste Quartal und hier ist ja auch beschrieben also die Einstufung erfolgt ja auch durch die Vorgesellschaft selbst also nicht durch die Politik das heißt sozusagen dann strickt man sich eben das ja sozusagen hellgrüne oder das dunkelgrüne Produkt eben so weit an der Grenze wie möglich zurecht ja genau und dann und die Kontrolle liegt dann halt in den Klagen in den Wettbewerbsklagen der Mitbewerber ja also ich meine die Politik gibt das halt vor du hast halt an diese diese das sind ja also sind ja Monster Wälzer ja von hunderten von Seiten und dann wird das halt einfach durchgeflöht und genau wie du sagst dann guckt man halt was geht und das wird dann auch umgesetzt so und dann kannst du es natürlich auch das sind ja immer wieder Vorwürfe jetzt ein ganz anderes Gebiet die da laut werden dass die Tankstellen irgendwie alle immer den selben Preis haben ja man wundert sich warum ja ob das jetzt ein Kartell ist oder kein Kartell ist oder ob dann eine Krähe der andere kein Auge aussagt da will ich mich jetzt auch nicht zu äußern aber das ist auch übrigens eine Situation die die vorstellbar ist ja wenn jeder es ausreizt ja und jeder irgendwie hast du so 100 305 Prozent über die Grenze geht ja das dann auch wie soll ich sagen dann wird halt ein Blackrock keiner amundi verklagen ja und amundi wird halt keinen DBX Trackers verklagen sondern die gehen halt alle ans Limit ja und dann weißt du selber ja wenn du den jemand anders verklagst dann klagt er halt zurück und deshalb halten sie alle die Klappe und und segeln halt alle hart am Wind ja so so hart am Wind bis dann irgendwie dann der Verbraucherschutzorganisation kommt und sagt so geht es aber nicht ja und so wird das dann hin und her getendert und du siehst wir wir sind ganz weit weg von irgendwelchen bedrohten Tieren ausgebeuteten Arbeitern oder irgendwelchen Korruptionszahlungen ja wir sind auf der totalen Metaebene unterwegs wir wollen mal eben ich habe ja so ein bisschen gesucht und eben haben wir ja schon mal unsere klassischen grauen Produkte in Anführungsstrichen beschrieben also den breit gestreuten MSCI World die Emerging Markets und ich habe mal ein hellgrünes Produkt rausgesucht von iShares wir können es ja mal kurz beschreiben wie es auch definiert ist ich sage mal kurz die WKN Nummer dazu also es ist halt eben die A2 DVB9 wenn sich jemand das mal anschauen will sozusagen ein iShares MSCI World SRI UCTS ETF Select Reduced Fossil Fuel Index 6 Milliarden Dollar Volumen thesaurierend optimiert und ich lese mal kurz die Beschreibung vor der MSCI World Selected Reduced Fossil Fuel Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern weltweit berücksichtigt werden lediglich Unternehmen die im Vergleich zu der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz soziale Verantwortung Unternehmensführung ESG verfügen und bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen das maximale Gewicht des Unternehmens ist auf fünf Prozent begrenzt so wenn ich mir dieses Produkt anschaue dann sind da halt eben nur noch 372 Unternehmen drin im Vergleich zum normalen MSCI World wo 1500 drinstecken das wäre mal so ein Beispiel ich meine das ist jetzt kein kleines Volumen also das 6 Milliarden das heißt hier hat ja iShares sozusagen schon ein Produkt gebaut wo sie ja viele reinbekommen haben also einmal einiges an Werbetrommel gerührt kann man sagen oder ja die Sache ist halt und da ist jetzt aber dann jeder Anleger selber aufgerufen sich das mal anzugucken weil du hast das schon selber gesagt im Vergleich zu der Konkurrenz aus ihrem Sektor es ist ja sektorbezogen also man müsste da mal kurz gucken eben was da eigentlich drin ist da könnte ich mir vorstellen dass da durchaus auch Öl und Kohle drin ist ja aber eben nicht die dreckigsten sondern die saubersten sozusagen ja ja im Vergleich zur Konkurrenz aus dem Sektor also du vergleichst ja die Sektoren untereinander ja und dann bestimmte Kriterien ja welche sind das da ist dann auch jeder Anleger aufgefordert sich das mal zu überlegen welche das eben sind was immer interessant ist ist wenn du so einen Satz hast wie das maximale Gewicht ist auf fünf Prozent begrenzt das bedeutet wenn du da wirklich mit Marktkapitalisierung rangehen würdest also wie die klassischen Indizes ja dann würdest du für manche Firmen eine totale Übergewichtung bekommen das ist einfach die Notbremse die die ziehen müssen damit das Ding noch halbwegs diversifiziert ist deshalb hast du diese fünf Prozent Grenze da drin aber wie man ja auch schon sieht selbst klar das Volumen ist noch hoch in diesem Produkt beispielsweise aber halt auch deutlich kleiner als zum Beispiel der das 41 Milliarden Produkt vom Volumen und jetzt habe ich mal versucht auch mal so ein dunkelgrünes Produkt zu finden da wird es halt auch schon schwierig weil ja eben diese Vorgaben so streng sind und ich habe bei iShares lange gesucht habe halt auch eins gefunden ich sage es auch mal kurz es ist die A2Q FXW ein iShares Green Bond sozusagen eigentlich nur ein Anleihen ETF Volumen 62 Millionen Millionen also nichts mehr mit Milliarden also sehr klein in dem Fall auch noch ausschüttend und synthetisch klar niedrige Kosten aber wenn man da halt mal genau reinschaut hier wird also sozusagen ein Green Bond Index nachgebildet mit auch noch einem Nuklear Power Index wie auch immer das jetzt wie du ja eben auch schon gesagt hast wie auch immer das jetzt in dieses dunkelgrüne gekommen ist dieses Produkt ich weiß es nicht doch Nuklear ist ja okay ja gut wäre okay halt es geht es geht um die Taxonomie und wenn die Taxonomie sagt Atomkraft ist ist es ja übrigens auch fragt Greta ich meine Atomkraft und CO2 super Sache also wenn du knallhart CO2 reduzieren willst kommst du mit Atomkraft nicht vorbei aber das heißt ja sozusagen wenn ich wenn ich das jetzt also dieses grüne Produkt oder dunkelgrüne Produkt jetzt mal mit unseren klassischen breit gestreuten Indexen vergleiche das ist ja keine Streuung mehr ich meine das sind ja jetzt also das ist ja sozusagen im Prinzip ein festverzinsliches Wertpapier oder eine Anleihe die ich jetzt passiv verwalte nach diesen Kriterien das ist ja keine breite Streuung mehr also also was ich damit sagen will ist je weiter wir uns sozusagen von unseren grauen Produkten in Anführungsstrichen wegbewegen desto kleiner wird unser unser breit gestreutes Portfolio und am Ende ist es überhaupt keine Streuung mehr ja gut ich meine du musst halt sehen grundsätzlich die die ganzen Anleihen die sind immer dünner gesät also wenn du dir zum Beispiel einen ETF anguckst auf europäische Staatsanleihen bester Bonität eben ja dann hast du auch oder auch auf deutsche Staatsanleihen da hast du auch gut deutsche Staatsanleihen sowieso da hast du dann nur 10 15 drin und bei den bei also grundsätzlich kannst du sagen Anleihen ETFs ja die haben immer viel weniger drin ja also da sind müssen wir mal gucken wie viele sind da drin hast du gesagt wie viele verschiedene Anleihen das weiß ich gar nicht wie viele sind aber es sind halt nur also allein das Volumen sind ja auch nur 62 Millionen das ist ja auch lächerlich das ist nichts nein nein das ist das würde mir mehr Sorgen machen als die absolute Anzahl der ETFs der Anleihen die da drin stecken und wie gesagt da ist jetzt jeder aufgefordert vorm Investieren sich genau durchzulesen was die Kriterien sind und warum da was drin ist aber es heißt ja auch sozusagen ich will es jetzt nicht negativ beschreiben aber je dunkelgrüner das Produkt ist oder ich sag mal auch für MSCI oder für iShares es ist ja unfassbar schwierig ein Produkt auch noch zu bauen was in diesen dunkelgrünen Bereich überhaupt reinfallen kann ja natürlich weil ja gar nichts mehr übrig bleibt am Ende ja gut das ist es aber genau das sag ich ja das ja so ist es aber also wenn du diese ganzen Kriterien so anlegst ja wo man dann ja auch wieder drüber streiten kann also dieses ganze Thema Hausisolierung und 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 ich habe hier auch dann was gelesen über Thema Hausinvest oder so ja der ist ja wohl auch eben im hellgrün und die ist halt immer die Frage ob man dann auch wirklich in den dunkelgrünen Bereich überhaupt rein will ja also weil man dann auch sagt lässt sich das noch überhaupt wirtschaftlich vernünftig darstellen also wenn du jetzt einfach sagst hier ich bin im Immobilienbereich dunkelgrün unterwegs ja mit irgendwelchen Reads halt ja was also dann kommst du halt schnell wieder ins politische dann okay dann investierst du halt mit deinem Reads in Solar und Wind ja weil das einfach politisch so gewollt ist ja also da wird ja dann eben nicht gesagt wie entsorgen wir nachher die die Windkraftanlagen oder was machen wir mit den ausgedienten Solarzellen da kommt es ja immer dann wieder an wie die Bezugsgrößen gezogen werden aber wenn es dann heißt dass halt ein normales Bürogebäude ja wenn du sagen musst dass das eben nicht bloß 100 Prozent seiner Energie selber erzeugt sondern sogar noch einen Überschuss liefert oder dies oder das je nachdem wie stark du die Kriterien machst lohnt sich dann einfach auch gar nicht mehr also jetzt ist ja sozusagen auch ich meine du bist ja jetzt schon sehr sehr lange in diesem Metier ja auch hauptberuflich unterwegs und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und das mal so ein bisschen ausgearbeitet beziehungsweise wir besprechen das aber jetzt mal ganz ehrlich das ist ja für die für die breite Masse das mal eben alles rauszufinden ist doch verrückt oder ich meine das ist ja jetzt hier auch viel Arbeit gewesen das einfach mal aufzudröseln und so das überliest man doch auch alles total schnell also dass das das ist doch überhaupt nicht in irgendeiner Form selbst wenn es gewollt wie soll ich sagen selbst wenn es eine gewisse Transparenz oder Klarheit schaffen wollte es tut doch eigentlich nur das Gegenteil ja gut das ist wieder nun der klassische inverse Faust die Kraft die Kraft die stets das Gute will und doch das Böse schafft ja es ist halt ein weiterer Layer und was ich einfach nur wirklich sagen möchte hier ist wer einfach nur stumpf eben breit diversifiziert in die klassischen Indizes rein will der kann das mit sehr geringem Aufwand machen wer dagegen sich in dieses die Bereiche der ich sag's mal im weitesten weltanschaulichen Investierens reinbegeben möchte was ja auch wunderbar ist der muss einfach auch Zeit mitbringen und auch einen gewissen detektivischen Spürsinn ja und auch ein bisschen Freude an Game of Thrones ja weil es geht ja das ist ja nur dieses Wasser die die Firmen sind ja nicht blöd die wissen ja auch welche Kästchen sie wie ankreuzen müssen ja du musst dann halt auch eben so Sherlock Holmes Gespür entwickeln wo das hingeht und darfst auch eine gewisse Person Portion eben Zynismus darf da nicht fehlen du musst dir auch überlegen wie würdest du reagieren in der Firma es geht dir letztendlich darum also letztendlich geht es ja darum wie erfülle ich die Kriterien bestmöglich ohne auch nur ein Jota an meinem Geschäftsmodell zu ändern so und wenn du dir einfach dich mal vorurteilsfrei in die in die Rollen der verschiedenen Beteiligten versetzt ja dann kommst du da halt schon weit also wie würdest du als als Firmenmanager ja dessen Beförderung einfach schlicht und ergreifend letzt am Ende des Tages ist es ja doch der Umsatz den du machst wenn du verantwortest du hast du einen bestimmten Bereich in einem Konzern und wir reden ja nur von Konzernen ja wir reden ja von den dicksten Dickschiffen ja da wirst du an Zahlen gemessen und da sind in vielen Bereichen diese ganzen Ökogeschichten Kennzahlen dann doch Lippenbekenntnis am Ende des Tages ist einfach die Frage und was haben sie junger Mann was haben sie dieses Quartal ja zu unserer Gewinn und Verlustrechnung beigetragen Punkt so und da musst du dich halt irgendwie äußern ja und du kannst es sagen positiv hier ich habe mir Umsatz gemacht oder du kannst es definitiv machen wenn du sagst ja ich habe diesen hier eine Compliance beachtet und habe uns diese wie soll ich sagen Prozesse vom Hals gehalten dann wird man dich dafür loben und dich dann bitten nächstes Quartal dann aber doch auch wieder was zum Umsatz beizutragen also so und du musst dir überlegen die ganzen die ganzen EU-Kommissionen diese ganzen Leute die da arbeiten ja die haben auch Kinder die in teure Schulen gehen die haben Häuser die abbezahlt werden müssen die haben ja auch kein Interesse daran dieses Problem irgendwann zu den Akten zu legen das heißt die werden jetzt nach der Runde die nächste und die übernächste Runde machen einfach weil sie auch befördert werden wollen ja weil sie auch ein festes Einkommen haben wollen das ist ja mal der Spruch den ich sage jede Institution wird ja als aller allererstes das Problem zu dessen Lösung sie gegründet wurde ja erstmal verstetigen und dann sehen wir weiter Larry Fink zum Beispiel hat es ja auch selbst gesagt weil dass das Thema bleiben wird mit ESG und so weiter genau sie profitieren Leute davon genau und auch sozusagen ich sage mal die Produkte von denen wir ja jetzt hier sprechen das ist ja jetzt für Privatanleger aber wir sehen ja der große der große Investitionsblock ist ja sozusagen bei den institutionellen Anlegern auf der Welt wo diese Produkte dann gebaut werden ja gut die müssen ja auch genau da ist ja das wo dann richtig Geld verdient wird wie du schon gesagt hast mit diesen breit gestreuten ETFs das ist für uns hier gut aber die verdienen da eben nur dran weil weil das so ein Massen oder so ein Volumen so ein riesiges Massen- und Volumenprodukt ist ja 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 und ich meine die institutionellen auch die kannst du ja ganz anders unter Druck setzen ich meine dich kann der ja keiner unter Druck setzen was soll denn sagen Jungemann sie kaufen jetzt diesen ETF nicht mehr aber wenn du Vorstandsvorsitzender der Allianz bist ja und dann drücken sie dir das Zeug halt einfach rein fertig und du musst du musst es kaufen und du weil sonst ist deine Karriere hinüber und du musst die Compliance zeigen und du musst da sagen ja du findest das total cool und total gut und fertig ist die Laube das heißt die großen die ganzen Pensionskassen ich meine auf der einen Seite werden sie von der Politik unter Feuer genommen ja und sollen das Zeug haben auf der anderen Seite hast du ja auch die Anleger ja die dann eben in deiner Kasse drin sind und die dann auch dich unter Druck setzen und sagen sie wollen aber Grün und Öko haben ja und aber das Ganze ja nicht durchschauen sondern da wird dann einfach nur damit geworben ne also das kommt und das wird auch bleiben einfach weil es vollkommen unerhebt also würde ich sagen drehen wir es doch mal so rum wenn du einen grauen ETF kaufst ja dann wird sich das über kurz oder lang für dich zum Karriererisiko auswirken als institutioneller also wirst du den Teufel tun also wirst du das andere kaufen fertig also ich würde das stumpf einfach danach betrachten der Kauf welcher Finanzprodukte stellt für dich als institutioneller Anleger ein Karriererisiko da und die werden hinten runter fallen und der Rest der wird florieren der wird florieren und beworben ja ich glaube wir haben das eigentlich ganz gut aufgedröselt oder ich hoffe dass es die Leute gut verstehen ja die du hast die Abschlussfrage eigentlich schon so ein bisschen beantwortet also was bedeutet das nun eben für uns breit gestreute Anleger am Ende gar nichts wollen einfach weitermachen oder ja einfach weitermachen oder aber eben das wäre das einfachste und einfach darauf vertrauen dass das die regulären Indizes schon grün werden ja einfach wenn sich das durchsetzt und das andere ist halt wenn aber sozusagen dieses Thema aber guck mal da steht ein SRG ESG oder SRI an diesem Produkt dran ja und das bringt mich dazu ja in ja in diese Märkte zu investieren ja ich meine 300 Ungrad Firmen nach einem Index ausgewählt ist immer noch besser ja als irgendwie 50 Firmen die hat diskretionär von irgendeinem Anlegegremium ausgewählt wurden was politisch motiviert ist also das heißt für mich ist es einfach so wenn dieses Thema ESG Menschen dazu bringt jetzt doch am Kapitalmarkt zu investieren ja einfach bei ein Holz zu machen und Sparplan aufzulegen ja auch von MSC die World ESG dann finde ich ist es die ganze Sache schon wert gewesen als das Geld auf der Bank zu lassen oder eben zu verkonsumieren oder sonst was zu tun auch wie du selbst schon gesagt hast auch wenn man diese sozusagen Rendite Erwartungen gerade von diesen Produkten ja überhaupt nicht irgendwie projizieren kann in die Zukunft aber dann doch lieber das tun als gar nichts zu tun ja auf jeden Fall und es ist ja immer noch es ist ja immer noch regelbasiert und nicht diskretionär das ist ja mal für mich persönlich jetzt ein mega Vorteil ja ich glaube dann sind wir ja wir haben eine gute Stunde schon voll sehe ich gerade sollten wir mal auf die Zielgerade einbinden Herr Gastgeber oder ja genau ich glaube dass ja ich bin gespannt wie sich das Ganze so in ein zwei Jahren entwickelt und wie sich so auch die Portfolio Struktur der ganzen Leute verändern wird ja aber in jedem Fall Albert danke ich dir schon mal wieder für den Besuch war sehr spannend ich glaube wir haben das gut aufbereitet und ich hoffe mal dass es der ein oder andere ja von meinen von deinen Zuhörern mitnimmt und ja sich eben daraus sein eigenes Weltbild konstruiert genau das ist ja das worauf wir auf worauf ich und du ja auch auf hinweisen möchten liebe Leute hört euch das an was ihr jetzt hier von uns gesagt bekommen habt wägt es kritisch ab lasst euch euren Filter laufen und guckt dann was für eure persönliche Lebenssituation einfach passt ganz genau dann danke ich dir Albert wünsche dir alles Gute und ja vielleicht bis bald danke Alexander für die Einladung